Das ist der Max und das ist Max Basketball. Manchmal überkommt es ihn und dann muss er ganz dringend Basketball spielen. Dazu kommt der Basketballkorb an die Wohnzimmertür. Und jetzt Wurf, trippeln und Treffer, einmal mit Anlauf und Treffer, 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 Treffer. Super, das klappt ja wie am Schnürchen. Jetzt ist genug mit Basketball für heute und die Sachen kommen alle wieder zurück an ihren Platz. Dann kann Max das nächste Mal, wenn ihn die Basketballlaune überkommt, direkt wieder loslegen. Hat dir das Video gefallen? Dann abonnier uns, gib uns ein Like und mach doch einfach selber mit. Wie das genau geht, das steht auf worldkids.tv Die